Hi Leute, ich fahre gerade nach Hamburg. Mann, Danny! Hi Leute, ich fahre jetzt gerade nach Hamburg und ich dachte, ich nehme euch mal mit und mache dann einen kleinen Vlog draus. Ihr seht, ich bin nicht so Vlog erprobt, deswegen werde ich mich hin und wieder mal versprechen. Egal, ich nehme euch mit und zeige, was ich dieses Wochenende Schönes mache. Und zwar geht es nämlich zum Vegan-Camp für vegane YouTuber und Vlogger und ich freue mich sehr und ich bin gespannt, was mich erwartet und ihr seid mit dabei. Ich suche jetzt meinen Bus, das ist nach Hamburg und ich finde ihn nicht. Es ist jetzt glaube ich um 8 Uhr oder so, weil die Läden haben hier gerade geschlossen und ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin am 25-Hours-Hotel angekommen. Dieser Hauptbahnhof in Hamburg hat mich ein bisschen fertig gemacht. Da war einfach, es war einfach so voll und dadurch, dass ich einfach noch nicht richtig fit bin, richtig gesund bin, war ich übelst am Schwitzen und das hat gerade richtig Stress in mir ausgelöst. Bis ich dann auch die richtige S-Bahn gefunden habe. Naja, nur bin ich hier und ich war echt ein bisschen überrascht, als ich ausgestiegen bin, dass es so ruhig ist, was mir aber sehr gut gefällt. Und jetzt werde ich einchecken. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt angekommen. Und der erste Eindruck von dem Hotel ist ja mal mega. So was habe ich jetzt gar nicht erwartet. Voll das durchgestylte Ding, total nett. Voll schick alles mit hier. Welcome Drink, schicken Kärtchen. Schauen wir mal, wie das Zimmer aussieht. So, ich muss mich erst mal ein bisschen entkleiden. Wir waren unglaublich warm. Und bevor ich jetzt hier eine Roomtour im Dunkeln mit euch mache, verschiebe ich das lieber auf morgen in der Hoffnung, dass es da noch ein bisschen heller ist. Ich fühle mich jedenfalls echt wohl hier. Ich finde es hier richtig, richtig schick. Ich mache es mir jetzt gemütlich und melde mich morgen bei euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.